Hast du schon eine Idee wegen deinem Feiertagsgeschenk Twilight? Nun, ich hatte etwas Aufregendes im Sinn, etwas Großes, Langes und Hartes. Ein Exemplar von Das große Buch von Stars World, ungekürzt für Fortgeschrittene. Ja, sollte reichen. Bester Hengst aller Zeiten! Was meinst du damit, dass du an etwas anderes gedacht hast? Woran hättest du denn noch denken können? Ich habe klar und deutlich gesagt, was ich will. Dabei gab es keine Möglichkeit, es anders zu verstehen. Richtig? Richtig? Flash, warum siehst du mich so an? Flash? Flash, komm zurück! Flash? Ja. 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 Ich kann?